Genau hier hat der letzte Super Bowl stattgefunden. Lass mich raten, ein Klassiker. Der Klassiker überhaupt. 80.000 Leute. Nur noch Sekunden auf der Uhr. Der Quarterback wirft übers ganze Feld. Tatsch, Tom! 166 ist wieder online. Vor 60 Jahren wurde die Erde angegriffen. Wir haben den Krieg gewonnen, aber sie haben den alten Planeten verwüstet. Alle wurden evakuiert. Menschen gibt es hier nicht mehr. Wir reparieren die Drohnen. Wir räumen praktisch den Mist weg. Hier ist Jack Harper. Ich wäre dann soweit. Nur noch zwei Wochen, Jack. Dann können wir hier weg zu den anderen. Also kein Risiko. Ich habe dich beobachtet, Jack. Du bist neugierig. Wonach suchst du in diesen Büchern? Bringen sie alte Erinnerungen zurück? Es gab einen Absturz, nicht identifiziert. Du stellst zu viele Fragen. Es sind Menschen. Dein Befehl lautet zurück zum Tower. Jack. Woher kennen sie meinen Namen? Sie schießen auf Überlebende. Zurück! Was hast du getan? Ich kann dich nicht beschützen. Hör nicht auf, bis sie mich haben. Wenn du die Wahrheit suchst, dort wirst du sie finden. Du musst erfahren, was passiert ist. Warum sagst du es mir nicht? Wer bist du? Jack, der Befehl lautet Rückzug. Das werde ich nicht tun. Es gibt nur einen.